In wenigen Wochen ist es soweit. Der Termin zur Landtagswahl rückt näher. Ab Montag können Sie die Möglichkeit nutzen, Ihre Stimme abzugeben, indem Sie die Briefwahl beantragen. Oder wählen Sie doch direkt hier im Rathaus. Wichtig ist, dass Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Ich bin Gerold Papsch. Ich möchte am 9. Oktober Ihr Landtagsabgeordneter für Basinghausen, Gärden und Seelze werden. Hierfür zähle ich auf Ihre Stimme. Untertitelung des ZDF, 2020